So, hallo, guten Abend und herzlich willkommen im Filmmuseum zu unserem Late-Night-Special, das wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Filmkollektiv Frankfurt, vielen Dank da vor allem an Garry Vanissian, der das, wie immer, schöne Zusammenarbeit, in der wir das organisiert haben, den heutigen Tag im Filmforum Höchst, es gab ja drei Filme, die das Filmkollektiv vorgeführt haben, heute Abend jetzt im Filmmuseum Alpha City, im Anschluss jetzt auch an die Italo-Disco-Doku, die es gerade gab. Und wir freuen uns sehr, dass Eckhard Schmidt zu diesem Anlass nach Frankfurt gekommen ist und jetzt auch im Filmmuseum. Vor dem Film machen wir ein Gespräch, damit es nicht so spät wird, wenn jetzt Garry Vanissian und Eckhard Schmidt dann ein bisschen über den Film sprechen und dann freuen wir uns sehr auf die wunderbare 35mm-Kopie, die wir bekommen haben. Vielen Dank an Felix Seifert an der Stelle und das Filmmuseum Düsseldorf, in der wir diesen Film dann nachher genießen dürfen. Ja, erstmal herzlichen Dank euch beiden und dann übergebe ich euch das Wort. Ja, einen schönen guten Abend auch meinerseits. Herzlichen Dank an Andreas Beilharz und das Deutsche Filmmuseum dafür, dass wir heute Abend hier sein dürfen, mitten während Versusud. Also auch dafür einen großen, großen Dank. Und ja, wir haben jetzt, nachdem wir die Veranstaltung mit Eckhard Schmidt unsere zweite, nach 2018, eigentlich schon für letztes Jahr geplant hatten, aber dann aufgrund von Covid-Umständen es dann immer wieder verschieben mussten, sind wir froh, dass wir es jetzt nachholen konnten. 2018 hatten wir schon eine kleine Werkschau gehabt, damals in der Pupille und hier auch zum Teil im Deutschen Filmmuseum. Und damals hatten wir aber Alpha City aufgespart, weil es von allen Kopien, die wir damals gezeigt haben, die am wenigsten oder die am einfachsten zugänglich waren und während 2018 dann der Fan und Gold der Liebe in ganz schwer zu bekommenden Kopien liefen. Ja, jetzt Alpha City. Eckhard Schmidt, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Sie sehen, dass hier ein Tisch aufgebaut wurde mit Stühlen. Das heißt, es wird eine längere Geschichte, so à la Markus Lanz. Nur, dass sie gewarnt schon mal sind. Und wenn ich so viel rede, stehen sie einfach auf und protestieren. Ja, aber wir können ja sozusagen konzise und zielgerichtet anfangen. Erzähl doch bitte, wie es zu dem Film Alpha City kam. Also um ganz simpel zu sagen, inspiriert hat mich Jean-Pierre Merville, den ich beim Regisseur bei seinem Film En Flique interviewt habe und der mich dann durch Paris gefahren hat und der mir erklärt hat, wie er Paris in seinen Filmen dreht. Also Stück für Stück. Also die Hauswand da wird kombiniert mit der Hauswand fünf Kilometer weiter. Acht Kilometer weiter ist die Tür, die er verwendet und alles ergibt zusammen ein Haus. Also es ist wie ein Mosaik, setzt er seine Filme zusammen. Und dieser Gedanke, so einen Film zu drehen, war, sagen wir mal, die visuelle Basis von Alpha City. Diese Zusammensetzung einer Stadt. Als der Film fertig war und in Berlin Premiere hatte, haben Berliner gesagt, sag mal, wo hast du diesen Film gedreht? Also es gibt kaum sozusagen ein Gebäude, das authentisch so ist, wie es da steht, sondern es ist alles kombiniert worden. Das war der eine Gedanke. Der andere Gedanke war im Grunde ein klassisches Muster aus dem Western auch, aus dem Actionfilm. Die Stadt ist zu klein für uns beide. Darum geht es im Grunde. Und es sind im Grunde zwei Gladiatoren, die beobachtet werden von einem Imperator. Und die entscheidende Szene im Olympiastadion Berlin habe ich deshalb auch aus der Führerperspektive gedreht. Da wurde für Hitler extra eine Loge gebaut. Um diesen imperialen Sarkasmus zu kriegen, habe ich sozusagen die entscheidende Szene eben aus dieser Perspektive, aus Hitlers Perspektive gedreht. Und es waren so ein paar Elemente. Mich hat auch interessiert die Rolle der Frau. Weil normalerweise, im Film ist es so, vielleicht im Leben auch, man schläft zusammen, man hat Sex, der Mann steht auf und zündet sich eine Zigarette an. Und ich habe das genau umgedreht und hatte mit beiden Darstellungen, mit Claude, Oliver und Isabel, große Probleme, gesagt. Und ich habe gesagt, Isabel steht auf und zündet sich eine Zigarette an und Claude, Oliver, Rudolf, du bleibst im Bett liegen. Du hast die Rolle der Frau. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil Claude, Oliver, Rudolf ist so ein Macho-Typ. Aber ich habe mich überzeugt, dass das der Sinn des Films ist, letztendlich. Und so hat es auch funktioniert. Und mit dieser Art von Konzept habe ich den ganzen Film gemacht. Also der Faktor, um den es geht, ist sozusagen eine Frau. Aber es geht eigentlich um mehr. Wem gehört diese Stadt, letztendlich? Und in irgendeiner Weise sind beide Gladiatoren kaputt, wie Gladiatoren am Ende ihrer Karriere in der Arena landen und den Löwen vorgeführt werden, sozusagen. Und das war eigentlich die Idee des Films. Eine weitere Besonderheit des Films ist ja, dass er fast komplett oder beziehungsweise eigentlich komplett bei Nacht gedreht ist. Wie kam es zu der Entscheidung? Naja, das ist eine Nachtwanderung. Das ist klar. In der Nacht sind alle Extreme. Das spielt ja in der Szene, in der Nachtszene auch. Also entscheidende Szenen habe ich in einem Original-Spielclub in Berlin gedreht. Und die musste ich absurderweise am Beitrag drehen, weil in der Nacht haben die gespielt. Da haben sie mich nicht reingelassen zum Drehen. Also war auch eine entscheidende Szene, auch mit Original-Spielern. Die Polizei hat mich dann genervt nach der Premiere und wollte wissen, wo dieser Club ist, weil den wollten sie hochgehen lassen. Und der Club war einfach in der berühmten Straße in Berlin und da hatte er das Klingelschild Kugel. Das fand ich ganz witzig so. Man musste Kugel drücken, um da reinzukommen. Und ja, das war halt, die Nacht hat mich fasziniert. Es gibt ja eine Szene, wie die Hauptpersonen sozusagen den Tag durchschlafen, bis wieder Nacht ist und so weiter. Ja, ich meine, ansonsten kann ich sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, den Film zu drehen. Es war hart zum Teil, weil es gibt auch harte Schlägereien drin und ich liebe aber Standgeschichten sowieso. Und das ist schon von Loft her und so weiter. Und es war kein Problem, es war unproblematisch im Grunde. Der Stromverbrauch, das Schlimmste war der Stromverbrauch im Olympiastadion. Der hat sozusagen das halbe Budget gefressen. Aber es war das Flutlicht halt an und das war wahnsinnig teuer. Wie hast du die Darsteller ausgewählt, die drei Hauptfiguren? Aber die drei Hauptfiguren, aber man sieht auch Rolf Eden. Ja, da habe ich ein Casting gemacht. Und der Claude war relativ klar und Al Corley, der hatte Dynasty verlassen. Und da dachte ich, ich spreche ihn an, hat das Buch gelesen, fand er gut. Es war kein Problem. Und Isabel war ein Import aus Paris, die habe ich in Paris gecastet. War kein Problem. Alles lief gut. Wir hatten keine Konflikte, eigentlich nie. Ja, der Film stammt ja aus dieser Zeit in den 1980er Jahren, zwischen 1981 und 1986 in dem Lillian, wirklich geradezu unfassbaren Schaffensrausch. Also fast jedes Jahr mindestens einen Film gemacht hast. Manchmal vier. Welchen Stellenwert hat damals, oder welche Bedeutung hat damals Alpha City für dich in diesem Zeit angenommen? Ja, weil Alpha City entstand im Grunde die Begegnung mit Melville. Das war im Grunde meine Inspiration. Und ich wollte sozusagen einen Film, eigentlich deutsch natürlich, aber alle Melville machen. Also nicht Melville kopieren, aber aus dem Geist von Melville einen Film erzählen. Also der letzte Film von Melville heißt En Flique, den deutschen Titel weiß ich nicht. Und das ist Alain Delos und Richard Krenner. Er ist Polizist, einer ist Gangster. Die lieben die gleiche Frau. Die lieben den gleichen Whisky. Die gehen in den gleichen Club. Also es ist sozusagen, der eine ist so das Spiegelbild des anderen oder umgekehrt. Also es ist so, also halt zwei Männer, die einen parallelen Weg gehen und eigentlich die gleichen Lieben haben. Sie könnten eigentlich Freunde sein. Aber sind sie nicht, weil sie sind in Gegenposition. Und bei mir war auch im Grunde, es gab in dieser Gegenposition die heiße Liebe, die gewalttätige Liebe von Claude Oliver und die zynische Liebe von Al Corley, die eigentlich die Stadt klingen will. Also Claude Oliver wäre sozusagen zu klingen gewesen, weil er eine Art Anarcher war und so weiter. Das war für mich sozusagen die Idee. Aber ein bisschen inspiriert auch von En Flique. Ja, also wie gesagt, der Film ist irgendwie Schambau und Melville gewidmet. Aber ich habe natürlich meinen Film gemacht. Ich habe nichts imitiert von Melville. Ich habe den Geist versucht, für mich zu aktivieren. Vielleicht noch eine Frage zur Musik. Die Musik finde ich auch ein sehr markantes Element des Films. Wie kam es zu der Musik? Wie entstand? Ich habe halt gesucht, diese Musik, die man nachts hören kann. Also die halt eine Nachtmusik ist im Grunde. Also nicht unbedingt eine Tanzmusik oder so. Auch eine Tanzmusik, aber halt diese nächtlichen Verzweiflung, Düsterkeit und so weiter hat. Aber die Düsterkeit in Schönheit. Also für mich war ganz wichtig schön. Und die Instrumentalmusik, also die zwischen den Titeln ist, die habe ich selber komponiert. Weil es war eigentlich am einfachsten, weil das Studio war damals wie ein Instrument und eigentlich jeder konnte im Studio seine Musik machen. Ich habe dann direkt zum Film, also klassische Manier, also wie es in Hollywood halt ist, die Musik gemacht von Szene zu Szene, was ich brauchte. Und genau komponiert. Und in den Studios war es mühelos, eine Melodie zu verformen, Instrumente zu verformen, Instrumente einzuspielen. Also die Studios sind heute, oder waren damals auch schon, also gigantische Instrumente für die Musik. Jetzt war es, das war es. Markus Sank ist zu Ende. Also wenn es Ihrerseits, Eurerseits nicht noch eine Frage vorab gibt. Wie Andreas Ball hat es gesagt, nach dem Film wird es kein Gespräch geben, weil es sonst zu spät wäre. Aber ich habe hinten eine Meldung gesehen. Ja, bitte. Also es war manchmal atemberaubend war ich in Panik. Es gibt zum Beispiel, werdet ihr sehen, eine Szene, eine Schlägerei-Szene und die haben wir zusammen entwickelt. Wie gesagt, ich liebe Stanz und so, seit Loft und so weiter, habe ich immer genau gewusst, wie man sowas macht. Und wir haben die dann arrangiert und Claude wollte noch mehr, wollte noch mehr. Und dann war es so, dass ich dachte, er bringt den Schauspieler, den er zusammenschlägt, komplett um. Aber das war so extrem und so gewalttätig sah das aus. Wahnsinn. Und er sagt, hab keine Angst, Säcki. Dem passiert absolut nichts, ich schwöre es dir. Und dann hatte ich Vertrauen und habe ihn machen lassen. Und es ist wirklich nichts passiert. Also es war Millimeterarbeit, dass dieser Mensch sich nicht das Genick gebrochen hat, sein Gesicht nicht zerschmettert hat, im Waschbecken und so weiter. Es war ein Wahnsinn. Also bei der Szene steht heute noch mein Herz still, dass das gut gegangen ist. Aber ich hatte Vertrauen zu ihm, weil er genau wusste, was er treibt, wenn er so genannt zuschlägt. Er ihm nicht zuschlägt. Und der andere Schauspieler war auch genial in der Reaktion. Es müssen ja immer zwei sein, die sich aufeinander zuspielen. Und also gute Erfahrungen. Das größte Problem hatte ich in der ersten Szene, weil er aufstehen und rauchen wollte. Ich habe gesagt, nein, das macht die Isabel. Und das habe ich ihn aber überzeugt, das habe ich so gedreht, wie ich wollte. Weil er hat dann begriffen, dass das das Konzept halt ist. Und nicht gegen ihn richtet, weil er hat sich als Frau gefühlt im Bett. Die Frau macht den Mann, steht auf, raucht die Zigarette. Er hat gedacht, er ist jetzt die Frau. Ja, gut. Aber es wurde gehandelt. Okay, cool, danke. Okay. Ja, noch eine Frage, ja, bitte. Ich habe keine Schwierigkeiten. Also hier bei dem Film, bei Loft gab es ein bisschen, gab es ein paar... Loft hatte ich Schwierigkeiten, beim Fan hatte ich Schwierigkeiten. Der Fan war jahrelang verboten, Loft war jahrelang verboten. Sie sind dann wieder frei bekommen. Also es ist keine Gewaltverherrlichung. Ich meine, ich drehe ja keinen Actionfilm. Das waren dann auch die Argumente. Und es waren auch die Kritiken. Ich habe dann wahnsinnig gute Kritiken. Also die ersten Kritiken meiner 80er-Jahre-Filme stand in der Süddeutschen Zeitung immer nur eine Kritik. Eine neue Peinlichkeit von Eckhardt Schmidt. Dann kam ein neuer Film raus, eine neue Peinlichkeit von Eckhardt Schmidt. Nächster Film, eine neue Peinlichkeit von Eckhardt Schmidt. Das ging so sechs Filme lang. Und ich habe erst 20 Jahre, 30 Jahre später gute Kritiken gekriegt und sagen, den Kultfilmstatus für den Fan. Der Fan zum Beispiel ist einer der Lieblingsfilme von Tarantino. Der kommt jetzt noch mal breit in Amerika raus, im Verleih. Ich meine, so viel später. Der Film ist 82. Und jetzt kommt er breit in Amerika raus. In lauter Arthäusern. Und nicht ambitioniert. Und Tarantino hat x-mal in seinem Kino gespielt, in Beverly Hills. Er ist ein absoluter Fan davon. Und das hat halt die Dinge geändert. So, das war's. Lass die Leute den Film sehen. Ja, das machen wir. Eckhardt Schmidt, vielen herzlichen Dank. Ja, danke, dass ich da bin. Und danke, dass Sie so spät gekommen sind und zugehört haben. Meine Laberei. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus